Fürs Stadtjubiläum wünsche ich mir ein ganz buntes Fest, an dem möglichst viele Altersgruppen und ganz viele Menschen aus der Stadt teilnehmen mit viel Musik und einfach ein schönes Erlebnis für alle gemeinsam. Was war deine Heldin in der Kindheit oder Jugend? In der Kindheit meine Mutter, in der Jugend? Puh, ich mochte lang echt die Beatles gern. Ich war auch nicht so cool. Was isst du am liebsten? Vegetarisch auf jeden Fall. Irgendwas gemeinsam gekochtes mit viel Gemüse. Was bedeutet Europa für dich? Vergangenheit, Zukunft, Arbeitgeber, Friede. Eigentlich nur positive Attribute. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis? Ich glaube, das war nach dem Abi, da habe ich Interrail durch Europa gemacht. Durch Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal mit meinen Freunden aus der Schule. Das war wirklich cool. Kaffee oder Tee? Ich trinke tatsächlich morgens immer erst Tee, dann Kaffee. In Freiburg fehlt. Die würde ich gerne selber beantworten. Dann darfst du gleich auch noch. In Freiburg fehlt. Ich glaube, so ein richtig cooler Club, wo ich so sagen würde, okay, da würde ich wirklich, könnte ich mir vorstellen, jedes Wochenende hinzugehen. Das gibt es irgendwie nicht. Dafür können wir uns dann gemeinsam im Gemeinderat einsetzen und dann auch fröhlich ausgehen. Das gibt es irgendwie nicht. Das gibt es irgendwie nicht. Das gibt es irgendwie nicht.